Ladies and Gentlemen, hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Together Minecraft Staffel 2. Ich muss mir gerade das Lachen verkneifen, weil ich halbes Lachen anfange über meine komische Stimme. Okay. Ich habe es klar, oder? Ja, doch. Reden wir um einmal. Das drängt nur an. Okay. Noch mehr Lapislazuli. Robiskorne sind unter Pflanzen. Redstone Fackel, ja dreimal dürfte erraten. Schwarzpulte gehört zu Monster Items. Genauso wie Enderpollen. Und noch eine Holzfalltür. Ah, eine Uhr. Ja, die kommt zum Werkzeug. Ach ja, ist doch das schöne, Erde abbauen. Ich liebe es. Ich liebe es über alles. Es gibt nichts schöneres. Keinen schöneren Rohstoff abzubauen. Keinen Diamanten, Erde, ist einfach das Beste. Ja. Eindeutig. Aber trotzdem bin ich Diamantengalge. Aber sowas von. Wenn ich schon 13 Stück hab. Schichten. Echten Holzbretter. Eichen Holzstufen. Okay. Und. Ade. Mal schauen, dass die Fackel der Hannah einigermaßen ordentlich platziere. So, jetzt. Ganz nämlich dann auch gleich. Noch schön angeordnet. Okay. Gut. Dann meine Leute. Freunde. Weiter geht's. Kühe vermehren. Kühe schlachten. Und wir wollten ein riesiges Getreidefeld anbilanzen. Wo wir gerade dabei sind. Hier fehlen ja noch ein paar Weizenkörner. Hast du gerade Zeit zum Schlafen? Och, nö. Jetzt schon wieder Schaufel kaputt. Hm? Ja, ich geh eh gerade ins Haus. Okay. Aber vorher crafte ich mir ja noch eine Schaufel geschwind, okay. Das kannst du gar machen. Ich muss eh noch mal ein Feld neu besäen. Dann besäß mal. Ja. Hier hört sich falsch an. Du musst dein Feld besäen. Äh, nicht Nahrung. Pflanzen. Okay. Also, ich wär soweit jetzt zum Schlaf. Ja. Mach mich gerade auf den Weg. Wo ist ja jetzt leer, bis auf ein bisschen Zucker. Okay. Achso, ähm, wechs im Bett. Wie, wie viel Blöcke muss ich überm Bett haben, dass ich da drin spawn? Ich glaub zwei. Das hab ich. Aber wieso, wieso kommt dann immer, wenn ich sterb, ähm, von wegen Bett ist abgebaut worden, oder? Keine Ahnung. Ist doch scheiße. Ha. Ach egal. Was soll's? Ah. Egal. Ja. Wir können ja zur Not immer nur teleportieren, ja. Ich hab mich verboten. Küheltypen. Kühel vermehren. Und Maultier zichten. Nein. 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 Was ging jetzt das? Was? Maultier züchten, oder was? Na Pferd züchten, einfach. Möchtest du Pferd-Farm aufmachen? Hast du die, ähm, hast du die Schiene in der gleichen Truhe? Ja. Okay, alles klar, dann hol ich die mal ab. Die in der letzten Aufnahme ich versprochen. Hammer geil, ein 64er-Stick. Gefällt mir. So, hier braucht man jetzt irgendeine Möglichkeit, da unten zu stehen. Am besten bauen wir hier so eine kleine Plattform rein, dann zum Kühel vermehren. Ja. Und dann wird der Weg hier mal gescheit gebaut. Dafür brauche ich aber auch für beides eine Axt. Eine Axt. Nein, nee, Axt brauchst du ja so. Und die Axt ist hier. Genau. Dann brauchen wir noch Holzstufen. Drei Stück würden wohl nicht reichen. Der Aufgang hier hinten gefällt mir echt. Hey, wie ist das mit der Schiene, ähm, wenn ich, wenn ich eine Schiene platziere und einen Block nur frei habe, dann kann ich ja trotzdem durchfahren, oder? Ja. Ja. Halt, dann kriege ich immer Schaden, oder? Ich muss jetzt noch tiefer. Und staft. Oder? Wenn ich mich recht erinnere. Ja, kann schon sein. Auf jeden Fall reicht es an Schienen. Schammer fett. Ja, meine Hühner legen kräftig Eier, das finde ich schon mal gut. Derzeit ist das jetzt weit genug. Können wir von hier oben aus die Kühe formieren. Ja, endlich. Ja, jetzt brauche ich schon mal ein Haar. Um den Scheiß rum geht. Lauf. Lauferei da. Schon ein bisschen auf das Senkel. So, was brauche ich? Tröppel. Eine Tröppel. So, vier Babykühe. Sehr gut. Nur eine. Gut, jetzt habe ich hier oben eine Plattform zum dann die ganzen Kühe immer vermehren. Optimal. So. Ich muss hier noch kurz was schauen. Sorry. Okay. Jetzt bin ich hier ans Mikro nahe komme. So. Ähm. Wie mache ich? Das hier ist das richtige. Hallöchen. Okay. Okay. Ah, okay. Alles klar. Machen wir das hier ein bisschen um. So mache ich das also. Aber für das, was ich mache will, habe ich viel, viel, viel zu wenig Rohstoffe. Okay. Und jetzt kann ich Kühe töten. Scheiße. Hm. 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 Jetzt komm. Muss mir doch was. Hm. 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 Habe ich vier Kühe. Eins, zwei, drei. Vier Kälber, oder? Eins, zwei, drei, vier, ja. Vier Kühe, vier Kälber. Prost. Ein Block. Das mit dem Fleisch muss ich noch irgendwie besser machen. Damit ich das nicht immer manuell braten muss dann hinterher. Ja. So. Ich muss mal kurz Nase putzen. Ja. Ein, zwei, drei, vier. Ein, zwei, drei, vier. Ein, zwei, drei, vier. Drei, vier. Okay. Vier. Und Leder. Und damit haben wir vier Bücher. Womit wir genug Bücher für unser erstes Bücherregal haben. Ja. So. Nase mehr oder weniger erfolgreich geputzt. So. Tata. So. Mal ein paar Gehege für mein Pferdchen bauen, weil es immer umher anspringt wie so ein gestörtes Kalb. Okay. Wo setzen wir denn da aufstehen? Hier hinten ist doch gut. Und zwar. Oder? Ja, wobei. Stein. Was? Das geht da. Nein. Nein. Doch. Wieso sagt mir niemand, dass Bücherregale kaputt gehen, wenn man sie abbaut? Hä, wieso? Ich habe da bloß wieder drei Bücher zurückgekriegt. Das kriegt man schon ewig so zurück. Ja, aber das habe ich nicht gewusst. Ich baue nicht so oft Bücherregale um. Was ist daran so schlimm? Du musst doch nur sechs Holz pro Bücherregal nehmen. Ja, ja. Aber wäre halt interessant zu wissen gewesen. Scheiße schlimm. Hahaha! Hahahaha! Okay. Wie dem auch sein, wir braten jetzt ein bisschen Fleisch an. Und dann wird das Arsch-die-Bücher-Regal nämlich hier gesetzt. Genau. Jetzt ist die Frage, mache ich das hier zu oder nicht? So wäre halt schon geil, ne? Okay. Was dann? Also hier haben wir drei. Vier. Müssen wir da eins wegnennen. Das war wohl ein Stuhl? Ja. Ich überlege jetzt, was ich als nächstes mache. Ja genau, ich wollte den Weg pflastern. Den Weg zu meiner Baumhinter. Der muss gepflastert werden. Oh, Eisen. Eisen. Direkt an meiner Bude, Eisen. Wie geil. Ja, also. Dann machen wir jetzt mal das hier. Mal das hier abbauen. Und jetzt auch. Fuck. Nein, nein, nein. Nein. Egal. Was soll's? Wir ziehen jetzt hier einen schönen Pflasterweg vor. Das müssen wir ja gar nicht machen. Ja. Kann man so stehen lassen. Was muss so? Ja. Ich denke. Ja. Wunderbar. Noch hier. Gut. Wunderbar. Meine Eierproduktion schreitet auch voran. Weiter geht's. Auf zum Stein holen. 24. Es sollte hoffentlich erst mal reichen. Hoffentlich. Ja. Dann auften wir ihn hier mal wieder. Fuck. Reicht. Reicht wohl doch nicht, ja. Das ist mal wieder schwarzisch, die Nacht, bis ich heimkomme. Ich glaube, ich setze hier einfach mal ein paar Fackeln. Wenn es hier nicht mehr so dunkel ist. Tu das. Tu das doch einfach. Oh. Und hier. Jetzt haben wir wieder sechs Eisen mehr. Schön, schön. Schön, schön. Schön, schön. Schön, schön, Sagi-Noten. Und der nächste Schritt wäre dann das hier fertig bauen. Dafür braucht man natürlich wieder Zäune. Jetzt braten wir gerade Nimmel. Oder? Für Zäune braucht man natürlich Holz. Einmalausbruch, Stein, Stein. So. Einmalausbruch, ne? Einmalausbruch, ne? Wo geht's? Genau. 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 So. 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 Zur Hölle macht ein Pick-Man? In dieser Welt. Hier ist ein Pick-Man-Portal gekommen. Ja, du musst halt ein paar Blöcke vor das Portal bauen, weißt du? Hm. Ich weiß, es sieht richtig scheiße aus. Aber besser als, dass man lauter Pick-Mans hier drin hat. Naja. Ich würde sowieso eine Tür an Portal-Raum hinbauen. Und, wei. Der hat immerhin ein Goldnugget fallen lassen. Der ist gut. Kommt jetzt einfach mal, ob das sonstig ist. Das ist doch gut. Das ist doch gut, wenn du jetzt schon ein Goldnugget hast. Hier, Kürbis. Melone. Ja, ein paar können wir jetzt auch mal zum Essen nehmen. Schon wieder zu wenig Steine, als ist denn das? Und, ihr seht gerade, wir sind schon wieder durch mit dieser Folge. Bis zum nächsten Mal. Bis dann. Haut rein. Tschüss. Tschüss.